Hi Leute, willkommen zu einem neuen Part. Wir spielen Final Fantasy X. Wir sind gerade auf dem Funguspass, auf der... oder bei der Offensive der Bürgerwehr hier. Mit dem Aufzug kommen wir direkt an den Schauplatz des Geschehens. Hier wird nämlich gegen Sin gekämpft. Das ist zumindest der Plan. Wir wollen ihn anlocken mit einer Schuppe. Oder mit mehreren vielleicht, keine Ahnung. Und dann kommt Sin auf jeden Fall. Und dann wird er heftigst verprügelt. Das letzte Gefecht dieses Spiels quasi. Ja, und dann brauchen wir die Pilgerer sie ja gar nicht mehr zu Ende machen. Wenn wir es denn hier schon besiegen können. Ist ja alles mit Butter. Das finde ich natürlich gut. So, ab geht das. Wir müssen jetzt hier auf dem... Ja genau, hier sind schon die Kanonen in Position gebracht. Heftig. Die sehen aber ziemlich antik aus. Keine Ahnung, ob die noch hier irgendwas taugen. Bestimmt auf Ebay gekauft, gebraucht oder so. Der Himmel ist auch schon bedrohlich dunkel, ey. Und Waka findet das natürlich gar nicht in Ordnung, was hier passiert. Diese ganzen Machina, ey. Verständlich irgendwie. Ich glaube nicht, dass das das Schlimmste ist. Und er kämpft mit einem Al-Bed-Machina-Wappen. Ach so. Das hat nichts mit dem zu tun. Ich liebe diese sacrilegische Kontraptionen. Das sind auf jeden Fall beides gute Gründe, die gegen Machina sprechen. So, ist hier noch ein Schatz oder so? Äh, nee. Hier ist nichts. Tolle Wurst. Sonst noch irgendwas hier irgendwie? Wo sind die Kanonen überhaupt? Haben wir die nicht gerade gesehen? Ah, da ist eine. Das sahen eben aber nach mehreren aus. Hast du die hier aufgebaut? Oh, wir können schon voll viel verstehen. Ich. Und so. Ich werde Sinn eigenhändig den Gar ausmachen oder so. Nee, die letzten beiden Wörter haben nicht mehr gepasst. Aber wir verstehen doch schon halbwegs gut Al-Bed. Also, nee, schlecht. Mit zehn Al-Bed-Lexika. Schon so viel verstehen. Oh, nee. Zu viel Schießpulver. Übrigens, gebrauchte Kanonen auf Ebay. Ich habe mir auch mal überlegt, dass man auf Ebay vielleicht eine gebrauchte Gelddruckmaschine kaufen könnte von der Bundesdruckerei. Und dann kann man sein eigenes Geld drucken, ne? Man weiß nur nicht genau, wie teuer jetzt so eine gebrauchte Gelddruckmaschine auf Ebay jetzt ist. Aber eigentlich müsste sie ja schon abgeschrieben sein. So nach Kontenrahmenplan und so. Und dann ist sie bestimmt schon günstig zu haben. Und dann kann man voll Gewinn damit machen, oder? Ist das nicht voll der gute Plan? Muss ich mal gucken, ob ich irgendwann mal eine günstige finde. Und dann kaufe ich mir einfach eine. Und dann kann ich mein eigenes Geld drucken. Hohoho, der perfekte Plan. So, hier geht's weiter mit der Offensive. Genug. Gescherzelt. Sind hier jetzt ernste Themen. Also ein bisschen, bitte ernsthafter. Alles ist auf jeden Fall in Aufbruchs- und Kriegsstimmung. Heftig. Sogar Chokobos sind dabei. Und diese komische, ekelhafte Kakerlaken-Schuppe, ey. Ekelhaftes Ding, ey. Sowas trifft man auch immer beim Zelten. Auf einmal. Nachts. Im Zelt. Ekelhaft. Ekelhaft, sag ich euch. Doch, ich glaub schon. Oh, ich glaube schon. Alles klar. Aber ich denke immer, die Mackinac sind schlechte Nachrichten. Sie sind für einen Grund verabschieden. Frau Summoner, da bist du. Das Kommandzentrum ist da. Meister Keenock ist auch da. Meister Keenock auch? Ja. Bitte, schnell, meine Frau. Oh, hier geht's nicht lang. Hi, gibt's uns auch noch ein Item? Nee, hier geben uns die Leute keine Items mehr. Die sind hier knauserig, diese Blödmänner. Na gut, dann brauchen wir auch nicht unsere Zeit damit verschwenden, hier mit denen zu labern. Weiter geht das hier. Hier ist ein Speicherpunkt. Und da ist Owaka wieder. Er hat sich tatsächlich hier reingeschmuggelt. Unfassbar. Wir können auch mal eben hier speichern, weil... Ja, große Ereignisse stehen kurz bevor, ne? Das Ende des Spiels rückt immer näher. Wir werden Sin gegenüberstehen und tatsächlich in einen Kampf verwickelt. Die Operation wird kurz beginnen. Bitte check all your Equipment. Hm... Bist du okay? Natürlich nicht. Ich kam hier, um den Sinn zu kämpfen. Aber sie stecken mich hier. Wenn du dich selbst zeigen möchtest... Erstens musst du die Tatsachen, die du dir gegeben hast. Ja, weise Worte. Könnte auch von meinem Kindergärtner gewesen sein, der ich damals hatte. Obwohl, daran kann ich mich nicht mehr so gut erinnern. Oh! Oh! Ich habe von Seymour gehört, aber ich wusste nicht, ob wir uns tatsächlich treffen würden. Gut zu sehen, Oran. Zehn Jahre, oder? Wer ist der Vierte? Wer ist der Vierte? Was? Übrigens, hi Seymour, du bist ja auch hier. Okay, er ist eingeweiht in Geheimnisse. Wieso ist dieser Ort nicht sicher? Hier ist doch Lutz oder Gatter, einer von beiden. Ich weiß nicht, welcher welcher ist. Aber der beschützt doch das Hauptquartier hier. Das ist doch seine Aufgabe. Also kannst du mir nicht sagen, dass sie nicht sicher ist, ey. Also, meine Herren. Okay, aber hier tatsächlich heftige Aufbruchsstimmung. Hier ist eine Truhe noch versteckt. Aber da komme ich nicht hin, oder wie? Doch, von hier vielleicht. Nice! Was ist drin? Ein Tupsoffband. Noch eins? Ach, so Band diesmal. Vorher war es ein Ring. Was ist das für eine Karte? Ja, okay. Und hier noch eine geile Truhe. Mega-Potion. So lecker. So wie Fruchtzwerge. Ich glaube nicht, dass es damit weitergeht. Hier, der Pfeil zeigt nämlich woanders hin. Ja, okay. Gehen wir einfach mal hin. Mal gucken, was passiert. Hier ist der... Hier, genau. Genau hier müssen wir hin. Hm, aber da ist nichts. Vielleicht müssen wir tatsächlich zu Yuna. Oder müssen wir mit Walker reden. Aber wer ist der vierte? Meister. Also der eine ist Seymour, dann ist... Micah und Keynock. Aber wer ist der vierte? Fragen über Fragen. Ich bin ein bisschen nervös. Ja, ich weiß. Wie kann ich denn das hier jetzt triggern, dass es hier mal weitergeht? Muss ich mit Kimari auch noch reden? Aber der sagt doch eh nichts. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht wenn ich zurückgehe, dass dann irgendwas passiert. So ist das ja manchmal. Und hier ist auch noch so eine komische Einkerbung auf der Minimap. Das ist doch verdächtig. Ist da noch was? Ne, hier ist gar nichts. Na toll. Okay. Okay, irgendwo muss es jetzt weitergehen. In dem Lager. Ich weiß es nicht genau. Mit Yuna sprechen bringt leider nichts. Und der Pfeil führt uns nur ins Leere. Hm. Oder? Ist jetzt was hier bei dem Pfeil? Ne, hier ist nichts. Nichts. Vielleicht du? Ah. Ähm. Warte nochmal. Äh, ich bin voll geheilt. Pherobreit könnte man nochmal machen, aber ich bin eigentlich gut trainiert. Okay, Leute. Der finale Kampf gegen Sin steht an. Das Let's Pay ist bald vorbei. Wir müssen uns nochmal alles konzentrieren und jetzt gegen Sin kämpfen. Okay. Wir sind bereit. Okay. Herr Keenock, bitte. Will Sin kommen? Sin kommt immer zurück, für seine Spahn. Um, wir müssen sicher, dass wir sie empfehlen wollen, um es zu sagen. Du musst nicht. Es wird kommen. Hmm. Ich erinnere mich, Oren zu erzählen. Sin ist mein altes Mann. Sin ist Jekt. Ja. 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 Die Waffen werden schon hochgefahren hier. Das ist ja wahnsinnig. Oh. Da war mal dieses... Dieses Lockmittel drin in Form der Schuppe, aber... Es ist entkommen, oder wie? Das ist natürlich ungünstig jetzt, ne? Boah! Alter! Was ist er für einer? So eine große Schuppe. Ist das eine Schuppe? Das ist doch ein... Ein Transformer sozusagen schon fast. Eine Kombination aus mehreren Schuppen. Alter, wie heißt der Typ? Sin Schuppe Ghi. 12.000 AP. Alter Verwalter. Mit seinen Armen schützt er sich. Das bedeutet, die müssen wir als erstes mal platt machen. Und danach können wir erst auf seinen eigentlichen Körper raufknallen. Wie wahnsinnig. Okay, der Arm ist das erste Ziel von uns. So, raufknallen. Zum Glück haben wir die Level 2 Zauber. Die sind ganz hilfreich hier. Da können wir uns erst mal den Arm hier schnappen und direkt mal eliminieren. Vernichtend. Geile Sache. Ja, falls wir direkt den Körper angegriffen hätten, ohne die Arme wegzumachen, dann hätte er sich geschützt und das macht so gut wie keinen Schaden. Den Kopf kann man auch noch angreifen. Aber da müssen wir uns jetzt erst mal noch nicht drum kümmern. Das kommt erst später. Yes, Auron. Mit einem Schlag einfach dieses Ding zerballert, ey. Geile Sache. Aber das ist doch eigentlich voll unklug hier, dass wir unser Lockdings hier kaputt machen. Weil nur dann kann Sin doch kommen. Jetzt nämlich hier. Der Kopf macht eine verdächtige Bewegung. Genau. Und das müssen wir abbrechen. Weil sonst kommt eine heftige Attacke. Ich weiß nicht genau, was es ist. Ein Hyperstrahl oder so. Wo man vorher noch aufladen muss. Das sind ja immer die heftigsten Attacken. Äh, ja. Volle Kanne auf den Kopf. Los, walk up. Ja. Müsste jetzt gereicht haben, oder? Genau. Hat aufgehört, diese verdächtige Bewegung. Geile Sache. So, wer möchte nochmal? Tidus kann auch nochmal eine Runde angreifen hier. Yes. Jetzt geht der Angriff durch wie Butter. Sonst wären die Arme jetzt im Weg und hätten geblockt. So, jetzt sind alle von uns dran gewesen außer Yuna. Die darf aber auch nochmal gerne, ne? Und dieser Kampf ist gut geeignet, um Ekstasen zu verwenden. Die wir aufgebaut haben und bisher nicht genutzt haben. Zum Beispiel von Yuna. Und ich mache eine geile Beschwörung. Auch das wäre eine Möglichkeit. Hm. Ifrit vielleicht, oder? Ach komm, ich mache erstmal Valfaris und benutze seine Ekstase. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Danach müsste er fast tot sein quasi. Weil danach ist ja der Boss ein paar Mal hintereinander dran. Aber so ein Solaris-Strahl? Müsste doch einiges an Schaden machen, ne? Äh, ja. Mordvolle Kanneangriff. Los, Valfaris! Wie viel macht das so? 400? Ja, okay. Ist ja träglich. Ist nicht die Welt, aber okay. Gravitas. Nett. Das haben wir schon am Anfang des Spiels kennengelernt. Das kann uns nicht töten. Das nimmt immer ein Viertel unserer HP weg. Oder ein Fünftel? Jetzt müssen wir wieder auf den Kopf gehen, ne? Weil der sonst irgendwie seine komische Spezialfähigkeit benutzt. Und das möchten wir gerne verhindern. Also Kopf angreifen und weg damit. Nett. Ekstase ist jetzt auch voll von Valfaris, also. Solaris-Strahl können wir verwenden. Oh, bitte, mach das auch. Ich will nicht vorher sterben. Nein, ich will nicht vorher sterben. Nein, bitte. Nein, nein. Oh, oh, oh. Wie knapp. Okay. Dann mach ich mal Solaris-Strahl. Und nutze ich nochmal meine letzten 66 HP und danach wird Valfaris sterben. Aber, ja, es war ein gutes Opfer. Wir haben viel Schaden aus dem rausholen können. Je nachdem, wie viel das jetzt macht. Ich denke mal, es könnte fast so 2000 machen. 4.500! Alter! Ja, aber der tötet uns nicht mal mit Gravitas. Wie wir sehen, es macht nur noch voll wenig Schaden. Hä, aber hab ich ihn nicht getötet gerade? Mit Overkill? Oder hab ich mich verguckt? Auf jeden Fall sind die Arme wieder da. Nach einer Zeit kommen die einfach wieder. Aber ich meine eben gelesen zu haben, dass wir den Körper auch getötet haben. Hm. Auf jeden Fall ist der Kopf im Eimer. Also seine Spezialfähigkeit kann er jetzt nicht mehr einsetzen. Aber ne, der hat noch die Hälfte der HP. Also was labere ich hier denn eigentlich? Die Tombola können wir auch benutzen. Element T. Wir wissen ja, wie das funktioniert inzwischen. Wir können hier tatsächlich unseren Blitzball mit einem Element versehen. Und dann, je nachdem, wie wir hier beim einarmigen Banditen abschneiden, ist das effektiv. Wasser habe ich in diesem Fall mit dreifach Verstärkung abgesahnt. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Ja, nicht so viel, aber besser als nichts. So, damit sind alle Ekstasen aufgebraucht. Außer von Yuna, die können wir gleich vielleicht nochmal machen. Oder? Oh, ne. Können wir uns aufheben. Für den eigentlichen Kampf gegen Sin. Weil der kommt ja direkt hier nach, oder? Muss doch. Aber das wäre ja blöd, wenn nicht, ne? Dann wäre ja die ganze Offensive hier für den Arsch gewesen. Lulu kann auch gerne kämpfen, ne? Sie macht ja den meisten Schaden von unserer kompletten Truppe mit den Level 2 zaubern. Aber für den Arm reicht auch Auron erstmal aus. Zack, vernichtend. Super Sache. Und weg mit dem Dreck. Ekelhaft, dass dieser Arm sich automatisch regeneriert, ey. Und Gravitas jetzt auch noch. Ja, das finde ich nicht so schlimm, um ehrlich zu sein. Kimari darf jetzt gerne mal gegen Lulu tauschen. Und sie darf hier jetzt ordentlich mal mit Blitzrar auf die Gegner ballern, ne? Vielleicht tausend müsst ihr das machen, ungefähr. Siebenhundert? Okay, das ist weniger, als ich dachte. Kimari! Mein Freund, du darfst hier jetzt gerne angreifen. 415, auch in Ordnung. Aber so sonderlich viel dürft ihr jetzt nicht mehr haben, oder? Oh, ich hätte ganz gerne auch mal eine Heilung für Auron, ne? Anstelle von Kimari wechsle ich gleich mal Yuna rein. Oder nehme eine X-Potion oder so. Auch das ist eine gute Möglichkeit, um uns zu heilen. Eine X-Potion heilt unseren HP-Vorrat vollständig. Zumindest von einem Charakter. Äh, sind allerdings auch nicht ganz so häufig. Oder reicht eine Heil-Potion? Eine Heil-Potion heilt um 1000. Ach, ich denke, eine Heil-Potion reicht eigentlich. So sonderlich viel HP haben wir jetzt ja noch nicht. X-Potion lohnt sich jetzt später, wenn wir irgendwie so an die 50.000 HP-Grenze stoßen. Und ja, vielleicht wird es dazu kommen. Vielleicht wird es dazu kommen, Leute. So, volle Kanne hier rauf, Mann. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel hält dieser Sack denn aus? Also auf jeden Fall merkt man schon, dass es jetzt hier heftigst an das Ende des Spiels geht, weil die Gegner schon ziemlich hart sind. Diese Boss-Gegner hier halten sehr viel aus. 12.000 ist nicht zu unterschätzen. Und es ist ja auch der vorletzte Boss im Spiel, ne? Weil danach kommt ja nur noch Sinn. Also. Und nein, hier ist wieder die Arme, oder was? Oren, ich möchte gerne deine Ekstase nutzen, damit du die Arme mal sowas von platt machst. Ich wechsle mal Yuna rein, damit sie eine Runde beten kann. Ich glaube, das ist ganz gut. Können wir uns ein bisschen heilen. Vor allem Oren. Dankeschön. So, die Tradition und Seismar, das ist ja ein Area-of-Effect-Angriff und ich kann alle auf einmal töten quasi, oder zumindest beschädigen, wenn ich die Tastenkombination richtig eingebe. Das ist zum Glück immer je nach Ekstase-Technik die gleiche. Und bisher haben wir nur eine für Oren. Von daher kann man sich das halbwegs auswendig lernen. Und verdammt nochmal, diese Dinger haben tatsächlich das überlebt. Das ist ja unfassbar. Wie viel haben die noch? 100. Super. Kann ich vielleicht mit Magie vollen Schaden auf den Körper machen? Ja, das geht. Okay. Was hast du mit Oren zu tun, ey? Das ist ja voll gemein. Wir müssen die Arme loswerden. Obwohl, nee. Müssen wir gar nicht, weil jetzt ist Lulu dran. Und sie kann jetzt nochmal mit einem Level-2-Zauber den Körper angreifen und dann sollte es gewesen sein. Und dann sollte diese Schuppe besiegt sein. Obwohl ich immer noch nicht der Meinung bin, dass das hier das Schlauest ist, dass wir hier unseren Lockvogel einfach so töten. Das ist doch voll dumm eigentlich. So, tschüssi, mein Freund. Das war die Sin-Schuppe-Gi. Erfahrung gibt's nicht, weil wir sind eh schon am Ende des Spiels quasi und wir brauchen eh keine Erfahrung mehr. Na gut, damit ist quasi der Vorboss besiegt. Und wir können als nächstes dann zur Hauptspeise schreiten, wenn Sin endlich mal ankommt. Falls er denn kommt. Oh. Was ist das im Wasser da? Und natürlich mit einer epischen, vorgerenderten Szene im Kino-Format würde ich schon fast sagen, ey. Also, Cutscenes können die Leute von Square echt richtig geil machen. Obwohl, Square ist doch eigentlich nur der Vertrieb, oder? Und nicht die Programmierer des Spiels. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es geil. Yes! Und so können wir endlich Sin besiegen und damit ist das Abenteuer quasi beendet. Er hat doch keine Chance gegen diese Offensive. So, Attacke und damit können wir jetzt auf Sin zustürmen und die Sache ist quasi gegessen. Wunderbar, finde ich das. Müssen wir noch selber gegen Sin kämpfen oder machen die das jetzt alles für uns? Mit beidem wäre ich einverstanden. Wie, wer kommt? Und was war das? War das dein Schutzschild? Boah, voll der Special Plasma-Effekt. Alter! Oh. Äh. Okay. Wie, wie, wer, was, 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 was? Warum? Was? Und wer ist er auf einmal wieder? Den haben wir gerade schon mal besiegt. Und das ist Seymour. Was ist denn alles in der Welt? Was ist das für eine Offensive hier? Äh. Okay, die Ereignisse nehmen einen unerwarteten Verlauf, würde ich mal sagen. Müssen wir jetzt nochmal gegen diese Schuppe kämpfen? Stand back, Lady Una. Yes. Okay. Wir müssen tatsächlich nochmal gegen diese Sin-Schuppe kämpfen. Und das geilste ist, wir kämpfen mit Seymour. Damit ist unser letztes Partymitglied offenbar. Seymour ist jetzt Mitglied unserer Gruppe für den Rest des Spiels. Aber der Part ist zu Ende. Ein riesiger Cliffhanger, ich weiß. Aber im nächsten Part werden wir diesen Boss richtig in den Boden stampfen. Und dann werden wir diese Offensive noch zum Sieg führen und Sin besiegen. Und damit das Let's Play beenden. Also, schaltet beim nächsten Mal auf jeden Fall wieder ein. Wir sehen uns dann. Ciao, Leute.